Grüß Gott und Hallo liebe Freunde. Heute haben wir wieder Neuschnee mit dem Jägermeister ein bisserl aneinander fahren. Das ist ein bisschen schöner Pulverschnee heute, aber sehr wenig und darum werden wir ein bisserl die Location wechseln. Die Location wechseln. Die Location wechseln. Du bist da. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Genau das habe ich mir vorgestellt, dass das... Da... Und nach dem herrlichen Tag am MSV Deitz vor zwei Tagen haben wir am 8. Dezember heute wieder zu Hause unterwegs. Dann für den Verantwortlichen noch einmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Und es war wirklich ein fantastischer Tag mit euch. Einfach wunderschön. Das ist genau das, was die RC-Welt braucht. Und sonst nichts. Gemütliches Zusammensein und ein Miteinander und kein Gegeneinander. Das ist manche in manchen Gruppen praktizieren. Das braucht man überhaupt nicht. Einfach herrlich wunderbar. Toll, wie das abgelaufen ist da draußen. Und schön ist. Wo ist denn? Unsagbar. So. Nach der Entfernung von ein bisschen an Unkraut an der Hinterachse geht es jetzt wieder weiter. Da hängt nicht mehr was drinnen an sich hinten. Na. 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 Du, bist du auch da hinten schon. Entfernen. Auf Verhörter. Ah, das ist offensichtlich doch ein bisserl zu steil heute. Ah, das war ein Schraub. Tatsächlich, tatsächlich, auf den Steinriegel. Ah, das ist offensichtlich. Ja, ein paar technische Details zum Auto natürlich. Ab 7er Scherper umgerüstet auf Fusion Pro 2.3 KV Metallgetriebe. Ab 7er Dämpfer der neuesten Generation, die wirklich sehr gute Arbeit leisten. Die original sind schon nicht schlecht, dass sie drinnen waren, aber die sind wirklich... Die sind ein bisschen, die habe ich ein bisschen kürzer genommen, als die originalen. Damit habe ich noch einmal einen halben Zentimeter tiefer setzen können. Und das hat wirklich enorme Auswirkungen bei den Fahreigenschaften. Das muss man schon einmal sagen. Und selbst verfreilich wieder ein gewinnte Vorwerk. Weil ohne ist nicht gut. Kannst du natürlich hier gehen und ihm bei diesen Fahrverhältnissen ein bisschen weicher gestalten. Mit Schnee und Eis. Mit der Stein ist heute wirklich ein bisschen... Das ist wirklich ein sehr großes Hindernis. Aber das Ziel ist ja nur, nach oben zu kommen. Und das schaffen wir ein Pux vor. Mal schauen, ob es beim zweiten Mal leichter geht. Schnee ist halt noch immer Schnee. Ob beim ersten oder beim zweiten Mal. Was halt der absolute Hammer ist, ist die Bereifung für die Bedingungen. Das ist die Bereifung für die Bedingung für die Bedingung für die Bedingungen. Hallo. 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 Ich darf mitspielen. Alles habe ich noch gehört. Wird einmal angemeldet. Aha, okay. Ganz kurz. Ja, du bist nicht dein連ge. Ganz kurz. Ganz kurz. Du bist nicht ganz kurz. Ja, sicher,ßu. Tillens. Geh, ha. Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 So, meine lieben Leute, Schluss für heute. Es war einfach ein bisschen Auslauf, noch gestern ein bisschen kränklich sein, leichte Verkühlung, aber wieder voll gewesen, keine Angst, wir sind wieder live dabei, lieben Gruß, hinaus in die große weite Welt vom Harrys RC Weinland Scala. Tschüss und verbar, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Mal.